Ich höre über diese Show, wie ihr sie von Amazon werdet schon raus auf jeden Fall. Und hier ist die Witze-Stunde mit Sascha Grant. Bist du ready? Seid ihr ready? Okay. Wie klingelt es, wenn ein Gorilla an der zu steht? King Kong! Ei, brä. Nüßlich lachen aber. Ich war. Okay, bist du jetzt ready? Stunde mit Sascha Grant. Was wird aus einem Waschbären, wenn er zu viel trainiert? Eine Waschmaschine. Was sucht ein Einarmiger in der Fußgängerzone? Einen Secondhand-Shop. Bro! Ich höre über diese Show, wie ihr sie von Amazon werdet schon raus auf jeden Fall. Brokkoli. 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 Wie nennt man ein helles Mammut? Was macht eine Bombe im Bordell? Puff. Oh. 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 Und danke für die Stunde mit Sascha Grant. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020